Back in Action! Ihr habt den letzten Part gesehen, ihr wisst, was wir zu tun haben. Wir müssen uns jetzt hier erstmal den Weg frei ballern, weil wir haben noch ein bisschen was mit unserem Bruder zu klären. Da wurden wir ja an einer wichtigen Stelle unterbrochen. Krishi hat den Controller übernommen und das heißt, wir werden wahrscheinlich ganz schön failen. Haha, das werden wir doch mal sehen. Aber ja, das stimmt schon. Ist ja jetzt auch eine neue Aufnahmesession, also seit dem letzten Part. Und jetzt gleich hier in so das kalte Wasser geschmissen zu werden, ist schon so eine Sache. Mal sehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder einen Schritt nach vorne hier. So, nächste Deckung sozusagen nutzen. Von wem sind wir jetzt angegriffen worden? Sind das Hunter oder sind das Militär? Die sagen irgendwie... Ne, sieh nicht militärisch aus. Also ich vermute mal, das sind einfach nur stecknormale Leute, die hier Bock haben, eben uns anzugreifen. Ah! Dare you! Das war ja ein Millimeter. So, das war der. Ah, jetzt haben wir natürlich keine Muni mehr. Das nervt. Weil die El Diablo ist echt eine geile Waffe für so eine Angelegenheiten hier. So, dann nehmen wir mal die... Ja, den Revolver. Und das ja aktiviert. Da haben wir ja Gott sei Dank noch ein bisschen Muni. Wo ist jetzt der andere Boy? Steht da oben immer noch rechts vor der Tür. Ey, links. Ah, da war es jetzt wieder noch. Okay. Na, na, na. Ah, ich... Passiert doch an. Ach so, ja. Stimmt, wir haben ja hier noch... Wir haben ein Zielfernrohr. Ach, Mist. So, soviel dazu. Ja, den Zielfernrohr habe ich gerade vergessen gehabt. Sorry dafür, Leute. Gut, okay. Weiter geht's. Wir schauen uns aber natürlich erstmal schnell hier noch um. Wir haben ja gerade ein bisschen Ruhe. Den Rohr kann man nämlich gut gebrauchen. Ach, El Diablo. Oh, ne, genau. Sehr schön. Zehn Zahnrädchen. Firefly-Anhänger lassen wir konsequent natürlich nicht liegen. Ja, wenn das vor uns liegt, ist das natürlich was anderes. So, ja, die Werkbank ist natürlich jetzt auch verlockend. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt nicht so ganz zu. Oh, und da sind anscheinend immer noch ein paar Dudes. Ich würde sagen, da nehmen wir lieber hier mal eine normale Knarre. Oder besser noch... Die Shorty. Von nahem ist das jetzt hier doch, denke ich, ganz gut, wenn wir... Ordentlich Durchschlagskraft haben. Ah, ne, das ist einer von uns. Ich hätte ihn jetzt, glaube ich, auch erstmal direkt erschossen. Da gibt's doch einen, ja, ist ja auch noch einer. Hau mal auf den Fassel. Ah, da gibt's doch einen, ja, ne. Komm schon. Oh, da ist ja auch noch einer. Da gibt's doch einen, ja, wo kommt der denn jetzt auf jeden Fall her? Sack. Auf jeden Fall heilen beim nächsten Mal. So. So sieht es nämlich jetzt aus. So eine Droh auswechseln auf jeden Fall. Ja, war da keinem mehr erstmal. Ja, war da keinem mehr erstmal. Bandits, wir brechen ihn in das Bild. Äh, genau. Die Droh nehmen wir noch mit. Hier sieht's nicht so doll aus. Sie sind hier. Ellie, hi! Gehen wir mal hier noch die El Diablo aus. Nichts jetzt hier noch irgendwas rum, was wir brauchen können. Ja, Medi-Kit. Medi-Kit, sehr schön. Können wir wirklich gut hier brauchen. Ja, hier wäre jetzt, ach, die ist im Arsch, die Werkbank. So viel dazu. Scheiße. Na ja, wird ja schon nochmal bald hier ne kommen. Da lag noch eine Karte auf dem Tisch. Äh, weh? Hier. Na ja, gut, die ist jetzt wahrscheinlich auch eher unwichtig. Zeitpläne, bla bla bla. Das ist sehr alt. Hier ist ne E-Wool und ein Lumpen. Sehr schön. Können wir auch gleich craften. Machen auch gleich ein Medi-Kit. Also die Zeit muss jetzt gut. Die muss sein. Ja, die muss sein. Wir haben nur noch eins. Zack. Und dann zunächst mal wieder ein Molly. Gut, das sieht... Ich nehme mal die El Diablo erstmal. Wir haben eine Axt. Guck mal, da liegt eine Axt. Oh, eine Axt. Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, eine Axt ist saugeil. Wir können nämlich jetzt... Also die tötet auch instant eben, ne? Und ihr seht, wie viele Schläge wir damit haben. Boah, ist das die Ruhe vor dem Sturm jetzt hier. Ich pirsch mal nochmal nach vorne hier ein bisschen. Und jetzt geht's los. Da kommen sie, die Heinis. Vier Stück. Und nur zwei Diablo-Schüsse. Das nervt man natürlich ein bisschen. Ja, die müssen sitzen. Na, komm schon, Boy. Okay, also noch Ena. Okay. Warte mal. Bis der Entfernung... Na gut, wir haben ja auch noch eine Jagd-Ewerbung. Okay, danke. Ich glaube, der lebt noch vor allem einen Kriegschuss. Okay. Aber ich will den El Diablo-Schuss nicht dafür verschwinden. Na, dann wechsel doch einfach die Waffe. Ja. Na, ich wollte jetzt warten, bis der... Ah, das ist der andere, den kalt macht. Genau, so halt. So, der hat einen Helm. Ist hier halt... Ah, das gibt's doch ja nicht. Wat? Die haben auch El Diablo-Schuss anscheinend. Weil El Diablo ist das Instant-Kill. Also, soweit ich das weiß, ist das Instant-Kill. Aber ich hab vorhin im letzten Part am Ende halt den mit dem Headshot... Also, der hat den Helm auf, aber... War nicht sofort des Todes. Hast du was zum Werfen? Haben wir noch einen Molli oder sowas? Oder irgendwas, was irgendwie BAM macht? Ähm, eh eine Nagelbombe haben wir. Na, das kannst du mal auf jeden Fall machen. Ich denke, da hast du recht. Schmeiß sie mal weiter nach hinten. Falls die nach vorne gestürmen kommen. So. Den Typ hier da hinten mit dem El Diablo. So, das war der. Das war auch auf jeden Fall ein richtiger Gesichtstreffer. Ja. Face-Shirt. Aber hier, du siehst, der steht immer noch. Ja, der steht immer noch. Und hat sogar den Helm immer noch auf. So, das war's. Gut, das war doch mit dem da vorne. Nee. Nee, guck mal nicht. Dann helfen wir mal ein bisschen nach hier. So, das war dann also der. Steh mal ein bisschen nach vorne. So. Nehmen wir mal das Jagdgewehr. Ja, da müssen wir jetzt wirklich aufpassen, weil die haben, äh, ziemlich fiesen Scheiß. Ich hoffe ja immer noch, dass die, halt, äh, in die, äh, Krabbelmine, würde ich sagen. Krabbelmine ist auch geil. Boah, Mist. Da war der andere Schneider. Der hätte getroffen, aber... Was war denn das jetzt? Geh runter, Joel. Jetzt geht's scheiß. Kannst nach wie vor ranzoomen, ja? Ja, ich weiß. Aber es reicht ja eigentlich. So, ist jetzt hier noch irgendeiner? Komm. Ja. Oh, 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 oh. Aber ich hab ihn noch gekriegt. Ich hab ihn noch gekriegt. So, einer ist, glaube ich, noch. Der steht da irgendwo hinter dem Generator. Ja. Ich nehme jetzt erstmal hier den Revolver. Revolver. Ach, das Mann, ey. So, jetzt muss ich echt mal schauen. Achtung, rechts. Ja, sehe ich schon. So, das war mit dem. Sehr schön. Der hat Munition auf jeden Fall für die Diablo. Nee, hat er nicht. Zumindest hat er ihn gehabt. Ach, schade. Warte mal, nee, geh mal nochmal zurück. Ich glaube, wenn du um die Ecke gehst hier von der Kiste, ich glaube, da lag so. Nee, okay, scheiße, aber er hat ihn gehabt. Die Krabbel, ach, Krabbelmine, warum? Also wirklich so, so dumm, also ist ja nun seit Eilen vielen langen Parts, ist ja wohl klar, dass es die Nagelbombe ist, auch wenn keine Nägel drin sind. Ich kenne jetzt sogar Haftbombe wieder, wie du sagst. Ja, Christopher, also, aber, weißt du, du spielst das Spiel jetzt nur noch nicht zum ersten Mal. So, wir haben mal ein bisschen Alu. Das merkst du dir wieder. Jutta, sag ich immer noch Wasser. Aber ich bin ja auch kein Alkoholiker. Juts, weiter jetzt. Okay. Oh. Das ist Tommi, ich dachte schon wieder, das ist hier irgend so ein Heidi. Aber wir haben recht wenig Muni, ey. Wir waren ein bisschen verschwetterisch. Also unstelzig unterwegs, so die letzten, in letzter Zeit. Ja, die Hunter, die waren, ja, also, ich persönlich war da ganz schön auf Konfrontationskurs aus. Ich wollte da, bin ich, hab da wenig, ja, Stelzigkeit an den Tag geloopt. Ja, das stimmt schon, also, bei denen wollte man den Oriani vorbeischleichen. Na, hast du schon recht. Aber hier ist El Diablo Munition, da ist noch ein Jagdgewehr. Die El Diablo, die nehmen wir uns auch gleich wieder. So, aber so viel sind es doch, glaube ich, gar nicht mehr. Was? Das war doch, das war doch. Hä? Der hat doch super gesessen, eigentlich. Ah, Schießer. Shit. Ja, aber kein Muni mehr. Das war jetzt irgendwie strange, trotzdem. Du hast, die Jagdmunition liegt auf jeden Fall hier noch vor der Kiste. Da liegt ein Jagdgewehr. Hier rechts. Sechs Schuss, sehr schön. Liegt zu knapp sogar. So, hau rein, Joel. Schießt keiner mehr. Da ist doch noch einer, oder? Ich glaube, du kannst die Pistole nehmen und dich irgendwie ranschleichen. Also hier vorne in diesem Kühlschrank oder was auch immer das sein soll. Pass auf, der Boden ist nass. Ne, aber die Mucke hört auch auf. Ich glaube, das Bad. Achtung, rechts. Am Fenster. Ach, die Axt ist geil. Ja, die ist au geil. So, da sind Maria und Ellie. Ah, okay, die haben da geschossen. Äh, blick dich, geh mal nochmal zurück, von wo wir gerade gekommen sind. Ich glaube, da lag noch ein bisschen Stuff, den wir einsammeln können. Ja, ich glaube, jetzt... Ja, ich wollte sagen, genau. Keine Chance. Ja, 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 ich bin okay. Oh, oh Mann. Sie kamen von jeder Richtung und Maria dachte, wir müssen gehen. Und so haben wir über diese Tafeln gewonnen und dieser große Mann mit einem Schusskopf in den Schusskopf. Schau, 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 schau. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott, verdammt. Ich brauche, mit dir zu sprechen. Absolut nicht. Du sagst ihm, zu gehen, zu finden jemand anderes. Maria, ich kann es nicht über meine Hände. Hast du keine Ahnung, wie viele Mann wir sie heute verloren haben haben haben? Ja, was das all about? Das hat nichts zu tun mit mir? Wir sprechen über das später. Er hat dir gesagt, wo der Lab ist? Wir sprechen über das später. später. Right. Es braucht ein, ein Fuck-up, ein Fuck-up und dann ich in eine dieser Widows, okay? Ich muss das machen. Ich weiß was noch mehr zu sagen. Okay. Maria. Hier geht's. Du bist. Wenn alles, alles zu ihm passiert, ist es auf dich. Sie ist dankbar, du weißt. Ja, ich weiß. Ich nehme die Frau von dir zu den Fireflies. Du musst nicht überraschen. Es ist besser so. Vielleicht gibt es etwas wirklich Gutes. Ich muss mit Ellie sprechen. Sag mal, ich habe dich nicht gehört. Joel! Was ist das? Eine Frau von dir. Sie hat eine unserer Horsen und rief. Wie ist das? Komm schon! Oh, boi! Mit einer Frau in dem Fire. Auf der Rückseite. Hilf die anderen, den Platz auszupacken. Okay. Warte auf da. Wir hätten zur Werkbank gehen sollen vorher. Ja, ja. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, also... Klar, Ellie ist jetzt nicht so begeistert über Joels Reaktion gewesen. Aber warum die jetzt hier so ausflippt, dass sie jetzt abhaut, ich meine, das ist schon ein bisschen stupid. Also das ist das erste Mal, dass ich sage, Ellie, das war nicht cool. Drama Queen! Ja, so auf die Art. Aber naja, mal sehen. Vielleicht steckt ja auch ein bisschen mehr noch dahinter. Weit kann es ja auch noch nicht sein. Sie konnte nicht weit kommen. Wie gesagt. Oh, okay. Sie hat meistens die Polizei abhaut. Ich gehe jetzt raus. Vielleicht sind wir doch bei Red Dead Redemption. Ja. Nicht. Der Red Dead von uns. Der letzte Redemption. Das musste natürlich jetzt noch kommen. Ja, Story Topper! Und jetzt haben wir hier wieder idyllische Mucke im Hintergrund. Ganz dezent. Schöne Wälder. Pferde. Joel. Ha, 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 ha. Wieso nicht sie nicht nachher gehen? Aber offenbar auch einen weiteren Weggefährten für die nächste, ja, Zeit. Unserem Bruder Tommy, der uns ja offenbar zugesagt hat, dass wir Ellie zu den Fireflies bringen. Also, er bringt Ellie dann sozusagen zu den Fireflies. Das war ja die Bitte von Joel. Ellie, was denkst du? Ja Ellie, was soll das? Wenn dir was passiert, dann war's das mit der ganzen Aktion hier. Dann war alles umsonst bis jetzt. Hier sind Fußspuren auf jeden Fall zu sehen. Also Abdrücke, Huf, 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 Huf Spuren. Ja. Da. Mehr Träte. Oh, okay. Hä, ha, ha. Ist hier eine Glaskugel heute dabei oder was ist denn da los? So. Links hier? Näher. Rechts geht es weiter. Da steht ein Auto, was ist denn da los? Na, komm. Woah, woah, woah! Ups. Ach, hier sind die Typis, nämlich die wir uns angegriffen haben. Oh, scheiße. Und wir haben ja echt nicht viel Muni. Nachlandung auf jeden Fall. Komm schon, Tommy. Tommy. Was machen die denn da gerade? Was ist denn das? Leute, komm schon. Da war ein Mensch. Es kann doch nicht sein, dass der Zwischüssel von so einem Jagd-Werr aus nächster Nähe überlebt. Ich beobachte das jetzt nochmal kurz. So, ist er jetzt down? Ja, gut. Ja, glaube ich auch. Kann ich mich jetzt auf die Typis aus der Ferne bringen? Konzentrieren. So, wir lauschen jetzt erstmal. Ah, jetzt wäre wirklich ein bisschen mehr lauschen wie mit, ey. Da oben links. Da oben links, okay. Haben wir irgendwas hier zum Werfen, die Nagelbombe? Nee, den kriegst du so weg, ist Neip. Na, ja, gut. Der hat auch keinen Helmhof. Nice. Nice one. Uh, das war halt mit dem? Genau, stimmt. Die werfen nämlich mit Mollis. Da oben steht doch einer, den kriegst du. Ist der unter dem Brett durch? Ist der Molli-Typi? Nee, den kriegst du weggesniped unter dem Brett durch. Ich glaube nicht. So weit kannst du nicht werfen. Guck mal, genau unter dem Zaun durch. Sehr schön. Booyah. Geht's. Uh, der hat einen Scharfschutzrewer. Sauber. Ast rein. So, das läuft ja jetzt mal hier ein bisschen besser. So, ich glaube die Typis aus der Entfernung haben wir jetzt erstmal erledigt. Aber das waren bestimmt noch nie alle. Nee. Wir hören sie schon noch. Hier vorne bis zu dem Baumstamm vielleicht vor? Ja, da hinten. Ah, okay. Den kriegst du auch noch. Sehr schön. Hast du Munition auf jeden Fall effektiv genutzt? Da oben steht ein neuer mit Molotow-Cocktail. Jo, den holen wir uns aus nächster Nähe, würde ich sagen. Guck mal, hier rechts ist so ein Höhle oder ein Tunnel oder so. Kommst du da? Oh, gut, der kommt uns entgegen. Schön, doch, der war halt troffen. Alter. Jetzt ist es sehr schön. So, wir haben hier nur ne... Oh, was? Das ist halt nur ne neun Millimeter, da hast du mich nicht vergessen. Und der ist voll aufgerüstet. So, das sollte jetzt aber wirklich gewesen sein. Wir müssen uns mal ne Rüstung von denen schnappen. Ja, das wäre eigentlich ziemlich cool, ja. Jut, war nicht jetzt halt alles, die Frage, oder? Oh, verdammt. Ich habe recht im Moment den Kopf eingezogen. Und wir haben Gott sei Dank noch das Jagd, ja. Das werden wir jetzt nicht auch nutzen, um den da richtig schön zur Strecke zu bringen. In die fiese Fresse. Jetzt muss ich nur mal kicken hier, wie wir das am besten anstellen. Den kriegst du. Schulter wechseln. Ah, da hat er sich weggeduckt. Na? Luft anhalten, Joel. Luft anhalten. Oder ich den doch erwischt? Nee. Gibt's da ja nicht. Der Zaun ist aber auch echt dick. Drei Schuss haben wir noch. Du brauchst nur einen. Ja, ich wollte gerade schießen, ey. Das war gerade nochmal so. Komm schon. Das wäre das Schwanken der Waffe auf Level 2 richtig gut, ey. Dann könnte ich einfach warten, bis er hochkommt. Das ist schon extrem leicht da jetzt, natürlich. Was ist das? Komm. Trau dich. Tippst du doch ja nicht. Okay, pass auf. Bevor wir jetzt hier noch die ganze Muni verschwenden. Lad das mal nach, genau. Versuch ich es mal von ein bisschen dichter. Zack, Joel bleib unten. Okay, also da erwischt er mich aber auch instant, ne? Und hinter dem Haus hier vorne? Oh mein, guck mal. Ich muss mal jetzt gucken. Ich renne mal hier schnell durch. Helz, nehm mal mit. So, Helz. Jut, jetzt sieht das schon wesentlich besser aus. Wo war der jetzt? Links, war? Ja, nee, geradezu. Na ja, geradezu meine ich halt, also der linke Zaun. Ja, da ist er. Die kippst doch ja nicht. Jetzt, das ist jetzt sehr schön. Jut. Hoffe ich jetzt mal nur, dass das auch ausgereicht hat, weil der war ja equipped. Was? Ich habe Angst, dass er mich erwischt. Ja, sehr schön. First try. Oh, geil. Hat Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ziemlich cool. Jut, hier haben wir jetzt alle erledigt. Also können wir ein bisschen chilliger hier lang laufen. Oh Mann, ey, aber monitechnisch, sag mal echt, sind wir wirklich am Arsch. Ja, lass mal, vielleicht finden wir hier noch die eine oder andere Kugel. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, wir schauen uns jetzt mal hier ganz in Ruhe um. So, also hier liegt der 100 Pro irgendwo noch was rum. Und wenn es nur so was ist, kann man natürlich auch immer hier brauchen. Von Medikit auf jeden Fall oder vielleicht auch Mollys. Also mit dem Craften warten wir mal noch kurz, bis wir hier fertig sind, damit wir dann auch gleich alles mit dem Ruck machen können. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt hier am besten vor? Einfach auf die andere Straßenseite erstmal. Genau, weil hier liegt ja überall jetzt, wo wir die erschossen haben. Oh, war drum. Da war einer. Hier war einer, der hat nichts. Komm schon, zurück zu den Pferden. Nee, noch nicht zu den Pferden. Ach, komm schon. Müssen wir wohl, aber das würde ich sagen. Ah, warte mal, pass auf. Kreibe mal vor, aber wir können ja wieder absteigen, weil ich will hier definitiv mich noch kurz umschauen. Okay. Na dann spring hier ab. Zack. Nee, Mist, wir können nicht mehr absteigen. Gut. Ah, gut. Wie es weitergeht, erfahren wir aber erst im nächsten Part. Dann sind wir immer noch auf der Suche nach Ellie. Ich hoffe, wir finden sie. Ich hoffe, ihr geht's gut. Dasselbe geht an euch. Lasst es euch gut gehen. Schönen Tag noch. Bis dann. Ich hoffe, ihr geht's gut.